So kann man kein Mikrofon raussuchen, Toni. So läuft es nicht. Hätte ich ein besseres Mikrofon, würde ich was Schnurren besser hören, meine lieben Zuschauer und Freunde. Nein. Wir spielen. Wir spielen, wie schmutz der Toni ist. Hier, was? Was? Misa, ich hab ja komplett nicht kaputt. Aber so sieht er aus. Guck, wann da ist er hier? Gut, jetzt, naja. Hier, was ich hab ja. Guck, wie. Jesus, wie geht es hier? Ja. Nein, ich möchte jetzt zu kommen um eine Rostunde. Es geht ja nicht, wenn ich eine Schuhe über die Oma schenze. Es geht ja nicht, wenn ich eine Schuhe über die Oma schenze. Ja, es geht ja eigentlich schon über die Oma schenze. Untertitelung des ZDF für funk, 2017